Ich bin Olaf Ettenbach. Willkommen am Set von Levitia. Set und Etten. Ich habe mich jetzt nach vielen Jahren dann nochmal wieder dazu entschlossen, einen Film zu machen. Und ich hatte früher in den Ende der 80er Jahre eigentlich mal die Motivation dazu, Filme zu drehen, weil es war noch damals die Zeit in Deutschland der großen Zensurwelle, die mich dazu motiviert hat, selber umgekürzt für mich meine Filme zu drehen. Heute ist bzw. jetzt im Moment ist die Motivation wiedergekommen für mich, einen Film zu machen, weil ich etwas Neues weg von diesem Einheitsbrein, den man mittlerweile zu sehen bekommt, machen möchte, und vor allen Dingen die Independent-Produktion am Leben nahe halten will. Ich bin dazu übergegangen, das Ganze jetzt mal selbstständig zu produzieren und weiß aber auch, dass ich das mit Sicherheit alleine so schwer schaffen werde. Und daher bitte ich alle Fans, Horrorfans speziell, dieses Projekt mit zu unterstützen. Das würde mich sehr freuen, denn dann wäre es mir auch möglich, den Film wirklich so fertigzustellen, wie ich mir das wünsche. Und ich glaube, wie es auch jeder Fan gerne sehen würde. Weg von den ganzen CGI-Sachen, richtig schöne alte Schuhe mit handgemachten Spezialeffekten, Top-Sachen, Top-Blue, die hier am Start ist. Und es fehlt noch das kleine Quältchen, das es wirklich perfekt machen würde. Wie gesagt, Bayer, bitte ich um eure Mithilfe. In Sachen Spezialeffekte, hart gemacht, verspreche ich euch, bekommt ihr ein Bombard-Moor. Also, Aufruf an alle, unterstützt diese Klappe. Ich bin nach Zeit von Olaf in Oslovitia. Wir brauchen dich zur Unterstützung. Dann wäre ich es nicht gewesen, da werde ich mal zu diesen Truppen durchgebrochen und hätten und keiner von euch hätte überlegt. Ich bin nach Zeit von Olaf in Oslovitia.